Herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Wildermann. Neue Woche, neuer Cocktail. Wir möchten die neue Woche starten mit einem Highlight, nämlich unseren Cosmopolitan. Neu eingetroffen, wie letzte Woche angekündigt, unser Cranberry Saft, den wir dafür benötigen. Wie gesagt und gesehen, 4cl von unserem Wodka, 2cl von einem Contro, 1-2cl von einem Limettensaft und natürlich aufgefüllt das Ganze mit einem sehr schmackhaften Cranberry Saft. Dazu benötigen wir natürlich Eis. Wie schon gesagt, 4cl von unserem Wodka, 2cl von unserem Contro, 2cl von unserem Limettensaft und aufgefüllt wird das Ganze mit dem Cranberry Saft. Kräftig schütteln den Cocktail und wir seilen direkt in unsere schöne Cocktailschale ein. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ein sehr schönes Getränk. Und ich würde sagen, da werden wir angelangt bei unserem Cocktail der Woche in der Bergwirtschaftsbilder meinen Cosmopolitan mecken lassen.